Warte jetzt mal bei Dora3 wieder sammeln Ja ich bin dann oben, wer noch was will oder sowas, ich bin oben Mehr Kontakte in der Caldera? User left your channel Wir bleiben hier bei Dora3, schwärmen ein bisschen aus, schauen wir mal ob sie runter kommen Geht euch ein bisschen in den Wald, schaut, dass ihr in ECM seid, dann wird schwärmen ein Treffen für die Wir haben einen Quick Drop, Quick Drop, Quick Drop Links kommt der Atlas, links, mehr Ziel Atlas, ganz links außen Atlas, mehr Ziel für alle Geht's voll unter unter ECM Jetzt nicht, wer macht's den Atlas, Leute Geht einfach mal rein Atlas Atlas Ah wie Alpha, der Fettzie Immer noch Atlas Ok, wir nehmen Waffen los, nächstes Landlohn Ja, der ist tot Fließt auf was Keine Ahnung, so viele kleine Shadow up, geht recht Jo, Foxtrot, Sherlock Das war's für mich, wie tot Ich weiß nicht, wer im YouTube macht was Dann noch Gustav Quick Drop, Gustav Quick Drop Beide Beine auf Beide Beine Gustav Quick Drop Beine, die Beine, die Beine Ein Bein, dauerde Haben wir noch Eeeh Banshee Eeeh Banshee Eeeh Banshee Eeeh Banshee Ja genau Dauerde Dauerde Victor, Victor Huuuuhh Ich will dem Zeitpunkt An die Leitz, B Oxide Für die Leitz, bitte die Spide Wir haben irgendwie Wird nur wer was Großes oder nur noch die Kleinen C3 ist noch ein Orion und ein Quick Drop Ok, die Großen von uns Richtung Charlie 3 marschieren Orion und Quick Drop erledigen Vorwieg der Leitz Vorwieg der Leitz Dann Quick Drop Ein Leit bitte auf Counter, wenn wir ihn haben HW, die Knaufer Da, aufräumen WTF hier, ey Bedenkt, dass wir nicht sterben wollen Ja Noch Möglichkeit überleben wer kann Können wir noch ein Ziel haben Da, zählen wir beide Beine Oh Scheiß Irgendwer muss noch ein Quick Draw ein Ich helf dir beim Quick Draw gleich Ich hab ja noch schon rot gemacht, schieß einfach drauf mit Laser DT offen bei Delta Quick Draw So Bord Und Schießt auf den Quick Draw nochmal Also Den letzten da Bord Wie soll den Loco Bewegen auf? Bord Bewegen Bewegen auf Bord 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 Ich würde die Spyder einstellen Genau. Sauber. Null. Neue Kompanie, Piraten, Dope. Ah, das lief schon mal richtig gut. Schön. Fand ich gar nicht. Die war zu schnell weg. Ja, ich auch, aber trotzdem war es schön. Ja, natürlich war es schön. Aber ich habe auch mit den Streaks rocken können ohne Ende. Ja, nur 70 damage aber eigentlich an, ja? Wird ein scheiß Locust. Oh, da lief es aber, ey. Gleich wieder Freddy drücken. Und weiter geht's.